Hallo, mein Name ist Nico Fröse. Ich bin seit dem 1. Oktober ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Raumplans und Umweltrecht und in diesem Jahr ist es an mir, mich bei Ihnen, unserer Zuhörerschaft, zu bedanken und Ihnen im Namen des gesamten Fachgebiets für die anstehenden Feiertage von Herzen alles Gute zu wünschen. Verbringen Sie ein besinnliches Fest im Kreise Ihrer Liebsten und an dieser Stelle möchte ich mich gern bedanken für Ihre Anregungen über das gesamte Jahr, Ihre vor allem kritischen Kommentare und den nach wie vor wirklich spannenden Austausch. Wir hoffen, Sie bleiben uns weiterhin gewogen und freuen uns auf weitere Episoden im nächsten Jahr, sowohl bei den Basics zur Ergänzung unserer Lehre als auch bei unseren klassischen Diskussionsbeiträgen. Sie dürfen wirklich viel erwarten. An kontroversen Themen mangelt es im Planungs- und Genehmigungsrecht wie immer nicht. Bis dahin bleiben Sie gesund, genießen Sie die ruhige Zeit zwischen den Feiertagen und machen Sie es gut. mir kommt, schau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.